Musik Walter Temmel von der ÖVP zeigt vollen Einsatz für die Biogasanlagen. Bei einer Demo in Wien am Ballhausplatz hat er gemeinsam mit Biogasbetreibern die Wichtigkeit vom Klimaschutz, nachhaltiger Energie und einer sauberen Umwelt aufgezeigt. In Hirn wurden gestern entlang der Hauptstraße und vielen anderen Plätzen Blumen gepflanzt. Bürgermeisterin Bundesrätin Inge Posch-Kruschka bedankt sich ganz herzlich bei den Gemeindearbeitern. Die Feuerwehr Ziedlingtal nimmt an der Feuerwehrweltmeisterschaft teil. Diese findet vom 9. bis 16. Juli in Villach statt. Wenn sich Sebastian Kurz für die Funktion des Vizekanzlers zu schade ist, kann er auch nicht glaubwürdig den Anspruch auf den Kanzlersessel stellen, sagt SPÖ-Klubobmann Robert Hergowig zur aktuellen bundespolitischen Entwicklung. Der neue ÖVP-Obmann habe offenbar weder den Mut noch das Format, das von ihm unterzeichnete Arbeitsprogramm umzusetzen. Musik